und willkommen zurück let's play far cry 300 stinger blieben und ich muss mal gucken jetzt mal gerade munitions taschen brauche ich so brieftasche brauche ich rasur fell vortrusses z fix tapir fell büffelfell büffel büffel nein sieht nicht danach aus dann machen wir gerade hier ein paar totgesucht missionen wo ist er büffel büffel sind nur 300 meter So. That was. hat mit atemlänge an schützen ich gehe mal ein bisschen näher ran also wenn ich eine Mission habe die nächste Nacht ist unterwegs So, ich hol mal den Penner. Wunderbar. Das war schon eine Notion. Ich darf mich erst noch gar nicht. Sieben, da noch. Wunderbar. Ist da was? Ich werde jetzt mal gerade hier den. Haus Posten einnehmen. Alle Sammelkollekt werden die selbstverständlich nicht holen. Aber schon mal so alle Funktürme und alle. Und alle Funktürme und. Außen Posten frei. Ich glaube, das wird schon drin sein hier. Das dürfte, glaube ich, drin sein. Erstmal hier noch. Das ist alles wohl. Dann wollen wir auch. Auch schon Fähigkeitsbrauch. Völlig. Ja, Fähigkeitsbrauch. Jetzt. Jetzt kann ich erst. Ah, Herz. Jetzt. Damit müssen wir halt jetzt leben. Scharfschützengewehr. Damit scheitert man. Das sollte schon muss sein. Bei den Außen Posten einzunehmen. Das ist ja auch schon. Was ich hier schon so gemacht. Ich kann es hier auch hochschutzt werden. Wärmstens empfehlen, das so zu machen. 'll ich da. Ich bin da. Ach. Was ist das? Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Sollte nachladen hier. Jetzt auch mal zur Herstellung, wo ich doch irgendwie irgendwo runterfahre. Ja, ich habe einen Charakter. Ich habe einen Charakter, ich habe einen Charakter. Wem sprichst du? Haben wir nicht mit mir oder? Glaub ich auch zumindest nicht. Ganz nix du blöder Idiot. So. Das ist jetzt eine Annahmelage. Und irgendeine Seite erstmal rankommen. Mit der Lama-Anlage. Und einem Schuss ausschalten kann. Wow. Wow. Hau. Tue doch weh. Naja, das machen wir uns als ein paar Spritzen. Auf jeden Fall. Fähigkeiten. 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 Herstellung. Spritzen. So. Das ist mal gucken. Weil die entdeckt werden. Das ist die Sache. Ich werde kein Alarm auslösen. Ich werde etwas fehlbekommen. das stehe ich nicht so groß aber lärm ausschalten So. Wir sind in einer halben Minute da. Ja. Ah, scheiße. Oh ja. Auch ein neues. Auch ein neues. So. Der Insel macht mich krank. Sollen sie doch alle elendlich verrecken hier? Große Scharschütze. So. 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 Ja, das ist besser. So. 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 so wunderbar perfekt jetzt wunderbar so das auf jeden fall und das auch so wunderhübsch der außenposten gehört uns aber es gibt noch mehr arbeit noch mehr arbeit so wer ein bisschen angeschrieben hat der muss warten das muss die folge wert war du gehst mal so der massen sagt mittlerweile so also schade verbringen auf jeden fall ich glaube ich bin ein bisschen durch die pampel auch bescheuert ich muss gleich eine bessere munitionslast schicken damit ich mehr munition kriege schade scheiß dinge haben jetzt darf ich noch ab hier noch wenn ich so schnell möglich ein bisschen hoch arbeit wir haben wir hier noch gar nichts wir müssen erst mal noch ein punktum aus Frisch, ne? Bisschen, ne? Das sind doch alles hierartig. Ja, gut. Was musst du dir jetzt um in die Ferien gucken, du wilde Idiot. Und was auch für mich. So. So. Chopper spiel, kach. Er warbelt euch, ihr blöden Dreckigen Piraten. So. Boah. Lalalala. Aha. Du ist ja groß. Okay. War das Ziel da? Aber probier ich noch ein bisschen. Bidu soll erst den... Punkt 4. In und aus der Munition. Wo ist der Punkt und gehen dann zum Medusa. Weil ich hoffe... ... Dadurch, ähm... ...eventuell... ...eventuell, ähm... ...hier halt jetzt ja, Rüffel aufzudecken. Oh, ja. Ah, ja. Halt zum... Punkt 4. Mal schauen, wie schwer der jetzt wieder ist, den zu holen. Jo. Ich würde sagen, wir probieren mal die Geländegängigkeit des Fahrzeugs aus. Und die ist, wie mir scheint... ...nicht ganz so... Boah. 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 Halt die Schnauze. Vielen Dank.